So, hallo ihr Lieben, Christian Mischemann, der Paterapeut, aber heute mit dem jährlichen Weihnachtsvideo, meistens haben wir ja über 5D-Liebiger gesprochen, machen wir heute mal nicht, erstmal bedanke ich mich natürlich wieder fürs Zuschauen dieses Jahr, ich weiß nicht, ob ich nochmal ein Video mache, vielleicht mache ich auch nochmal eins und ja, wünsche euch natürlich ganz tolle Weihnachtstage, egal ob ihr Single seid, in einer Beziehung seid, was auch immer und ja, dass ihr es genießen könnt, runterkommt, ja, ich fand, es war wieder ein krasses Jahr, ich würde erstmal kurz mit euch, müssen wir über das Recht Ja reden, dann so einen Impuls, den ich hier gerne mal reingeben würde und dann auch, ja, vielleicht, was sich vielleicht so ändert bei Liebeschips so im nächsten Jahr, ja, ich fand es, mein Gott, das war ja wieder ein Krisenjahr, man liest, ich weiß nicht, ich gucke jetzt schon ewig keine Nachrichten mehr, keine Ahnung, immer noch so viel über Ukraine-Krieg und alles, aber das ist ja Wahnsinn, wann hatten wir das zuletzt, das Corona, Corona, Corona-Krieg, also ich erlebe das schon, dass die Menschen, ja, dass sie das sehr anträgert, auch eine Menge Angst macht, also jetzt aufgrund dieser ganzen Krise gibt es ja auch diese ganzen Geldthemen und alles, also Wahnsinn und ja, ich habe das Gefühl, die Leute sind noch gar nicht wieder, von Corona noch gar nicht wieder so richtig aus sich rausgegangen und sind noch so im Winterschlaf und da kommt gleich die nächste, der nächste Mist irgendwie und, boah, das ist schon echt sehr herausfordernd und, weiß ich nicht, da ist auch so viel Veränderungsdruck gerade da, sag ich mal, also man merkt, man sieht ja förmig, keine Ahnung, was steht morgens auf und das Gefühl, boah, die Welt hat sich schon wieder verändert und auch eben nicht immer nur zum Guten, ne, ich meine, Deutschland wird auf allen Ebenen so nach unten durchgereicht und, naja, vielleicht müssen wir das auch mal erleben, wie das ist, aber gut, das ist ja jetzt nicht mein Thema, aber ich stelle es nur fest, irgendwie, das Land verändert sich total, also wenn ich jetzt mal in eine Stadt komme, wo ich zehn Jahre nicht war, ich denke immer, ey, das kann nicht wahr sein, das ganze Stadtbild hat sich komplett geändert, alles, alles anders und ein ganz anderer Vibe und, naja, keine Ahnung, ich finde es manchmal ein bisschen krass, aber das ist vielleicht, wenn man über 50 ist, ist man vielleicht auch ein bisschen so, boah, alter Falter, was kommt da doch alles in diesem Leben, ey, ist ja, ist ja wirklich verrückt, aber ja, was ich auch schade finde, was ich auch immer nach wie vor sehe, dass die Menschen sind einfach nicht mehr entspannt, ne, sind angespannt, wir erleben uns auch viel im Support, viel Ungeduld und ich meine, darf man alles nicht auf sich beziehen, aber ich kenne das auch, wenn ich mit Leuten im Einzelhandel mal rede, ist das einfach, alle sind angespannt, alle sind gestresst, alle haben Angst, dass jetzt mal wieder über den Tisch gezogen wird und ich weiß, also, das ist, hoffe, dass wir alle ein bisschen mehr entspannen können, nächstes Jahr, dass ich vielleicht auch so weltwirtschaftlich das eine oder andere mal löse und genau, da kommen wir auch zum Impuls, den ich mal reingeben wollte, dieses Jahr ist, ja, versuch doch nochmal noch mehr deinen Weg zu gehen, so, ne, also noch mehr deine Wahrheit zu leben, so das zu denken und auch zu sagen, was du meinst, aber nicht auf so eine Ego-Art, weil ich habe schon, also ich persönlich glaube ja nicht, dass wir uns irgendwo zurückentwickeln, aber ich fand schon, dass sich sehr viel Ego gezeigt hat im letzten Jahr, also bei uns allen und ich sehe das auch, klar, jeder hat Ego, muss man mit leben, aber viele sprechen so ihre Wahrheit, aber es ist, ich weiß nicht, das ist, ich weiß nicht, ob, mir ist das wieder sehr aufgefallen auf Social Media, weil es ist wirklich halt immer in diesem Konflikt, das, ne, dieser, ich bin schlauer als du, du bist bescheuert, du bist blöd, du hast keine Ahnung, so und dieses, auch dieses ganz krasse Bewerten von anderen Menschen, also ich weiß nicht, ob ich mich da verändert habe, dass mich das immer mehr stört oder ob das wirklich so viel mehr war dieses Jahr, ich finde es einfach krass und ja, sprich deine Wahrheit, geh deinen Weg, aber geh deinen Weg so, dass du ihn auch gehen würdest, selbst wenn es keiner mitkriegt, dass es dein Weg ist, ne, also dann kann man immer ein bisschen sagen, man ist nicht so im Ego, wenn man immer so, hallo, guck mal, hier ist mein Weg oder du immer in Auseinandersetzung bist mit anderen über deinen Weg, ja, dann bist du immer noch nicht entspannt bei dir selber, sondern machst das immer noch viel fürs Außen und damit auch oft fürs Ego und wie gesagt, ein bisschen Ego ist auch nicht schlimm und können wir, können wir mit leben, brauchen wir auch jetzt immer mal leben, aber ja, versuch mal noch mehr, ist auch eine Challenge, die ich hab, ich hab die auch für mich so, ja, deine Wahrheit zu leben, auch wenn andere das vielleicht awkward finden oder wenn es komisch finden, ich habe das auch nochmal gemerkt bei dem Selbstbehauptungskurs, der war ja so das letzte größere Projekt des Jahres, ja, wie sehr das, wie gut das den Menschen tut, dieses aus der Box rausgehen, sein Ding machen, Sachen machen, die andere nicht verstehen, irgendwie, ne, für sich einstehen, wie gut uns das eigentlich allen tut und ich glaube, ja, das ist so mein Gefühl, was auch wirklich die Welt brauchen kann, dass Menschen unaufgeregt in den Weg gehen, also ohne da, ähm, riesen Theater von zu machen oder, ähm, ja, einen drauf zu backen, dass man schlauer ist als andere oder dass es garantiert der richtige Weg ist für jeden, nein, es ist nicht, es ist dein Weg und andere ihren Weg, äh, gehen zu lassen und nicht immer dieses höher, besser, schneller, weiter und, man, das merkt man auch auf Social Media, finde ich, wie sich das so totläuft irgendwie, ne, es auch so hohl wird, ne, dann, also diese Trends, ja, wenn du immer noch einen Trend gehst, so, dann bist du eigentlich immer hinterher, ne, du bist, weiß nicht, du, es widerspricht sich ein bisschen mit dein eigenes Ding machen, wenn man immer nur Trends hinterher jagt und, ähm, ja, versucht immer auf der Welle oben mitzuschwimmen, aber klar, wenn einem das Spaß macht, wenn das dein Weg ist, ist das natürlich auch okay, aber ich glaube, ähm, ja, das, das zu machen und ist, glaube ich, eine gute Übung, noch mehr bei sich selber anzukommen und auch noch mehr in so eine Akzeptanz zu kommen, wer man ist, ne, also zu sagen, hey, ja, ich habe diese und gehen immer rotten, aber ich stehe dazu, ne, oder ich, ähm, keine Ahnung, ich, ich bin halt so, ich, ähm, weiß ich nicht, ich habe dieses oder jenes Hobby oder bin halt gerne alleine oder ich, was, was auch immer es ist, äh, zu sagen, hey, ich bin so und ich, äh, lieb mich dafür, ne, ich selbst liebe mich dafür, aber ich muss andere auch nicht abwerten, dass sie einen anderen Weg gehen, beziehungsweise wenn ich irgendwo sehe, dass jemand eine coole Sache macht, die ich auch gut finde, kann ich auch mal sagen, hey, finde ich, bin ich ein bisschen neidisch, geil, will ich auch haben, kann ich auch zustehen, ne, und dann versuchen, das selber zu kriegen, irgendwie, also bleib so entspannt, geh dann den Weg, aber natürlich bau auch keine Mauern, ne, das ist ja auch immer wieder so die Gefahr, dass man dann zu sehr so die Welt ausschließt, dass sich auch sehr stark nach Corona jetzt ausschließt und, oh, will ich gar nichts mehr zu tun haben, ich lehne die Welt ab und so, äh, also das hatte ich, das ist auch ein Impuls, den ich oft hatte, dieses, ja Gott, ich, die ganze Welt, die geht mir so auf den Geist und so, aber das ist auch schon wieder zu viel Abwehr, ne, also versuch, deinen Weg zu gehen und trotzdem das Schöne, was einem oft ganz unverhofft über die Füße fällt, manchmal mit zufälligen Begegnungen im Alltag oder, ja, du bist gerade an einem ganz schönen Ort oder so und plötzlich, plötzlich ist die Welt einfach schön und toll und versuch, das zu genießen und, ähm, ja, und versuch, dir keinen Reim drauf zu machen, was dir gerade alles in der Welt passiert, ich glaube, das, äh, ist, äh, unmöglich, dass es, ja, ich habe mal im Buch hier Neue Dimension der Liebe gesagt, habe, dass, äh, diese, habe ich ja, wo wir gerade sind, vierte Dimension genannt oder manche nennen das vierte Dimension, sagen wir mal so, wo es eben diese ganzen Kämpfe gibt zwischen, ja, dass wir weiter unser Bewusstsein nach vorne treiben wollen, aber, ja, damit halt auch immer mehr hochspült, was wir uns noch nicht angeguckt haben und das müssen wir uns dann angucken und das sind halt super turbulente Zeiten, ne, und das, ähm, weiß nicht, ob das 2023 anders wird, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es echt die ganzen 20er Jahre ist, echt super turbulent werden, ne, und mal sehen, wo wir dann ankommen, aber es muss ja nichts Schlechtes sein und man kann immer, viel Veränderung heißt natürlich auch viele Chancen, so. Ja, was verändert sich bei, äh, Liebeschip, also ich habe ja jetzt, ich glaube, anderthalb Jahre lang praktisch, mir haben wir ja täglich Videos gemacht und ich merke, das kann ich, glaube ich, so nicht durchhalten, ähm, ich habe mir da vorgenommen, da auch öfter mal wieder Pause zu machen, das ist klar, es war für diesen YouTube-Algorithmus irgendwie ganz gut, aber, ähm, gut, letzten Endes ist ja mein Business, ist ja, also mein Liebeschip-Programm und nicht unbedingt YouTube, das hängt natürlich eng zusammen, aber, ja, ich merke da so, ich merke da so eine gewisse, dass mich das doch ganz schön angestrengt hat, so bei so einem langen Zeitraum und werde das jetzt nicht immer ankündigen oder so, aber kann gut sein, dass ich es dann auch mal zeitlang auf bin, keine Videos mache oder insgesamt, also insgesamt werden es sicherlich weniger werden, äh, weil das ist wirklich, ich habe mir früher immer so alte Social-Media-Hasen gesagt, Social-Media laugt einen aus und ich kann mir das immer nicht so richtig vorstellen, weil es macht doch Spaß, Content zu produzieren, ne, aber es ist so, ich weiß auch gar nicht so genau sagen, es ist so dieser Vibe, dieser Welt, dieses, wo so viel Ego ist und trotzdem ist es natürlich interessant und schön und bunt, aber auch dann diese ganzen, du bist immer diesen ganzen Meinungen ausgesetzt und man kann das nicht immer alles so abschütteln, ne, also auch wenn natürlich, äh, hier in meiner Community natürlich immer, ähm, das meiste, was man liest, ist immer total positiv und alles ist ja klar, aber trotzdem dieses, ja, gerade wenn mal neue Leute drauf kommen, außer irgendwann mal ein ganz anderes Thema gemacht hat oder Kooperation oder, äh, merkt, ja, das merkt man schon, dass es, weiß nicht, so viele Leute immer ihre Meinung raus kotzen müssen, äh, unschlecht drauf sind und frustriert sind und es hat auch was auslaugen, dass manchmal so als Content Creator und auch, äh, auch die Medienschaffenden in dieser Welt, sag ich mal, äh, sind spannende Menschen und so, aber ich weiß auch nicht, das ist halt so eine sehr schnelllebige Welt, wo es auch, weiß nicht, es ist auch echt schwer, da so wirklich authentische Begegnungen zu haben, auch das finde ich irgendwie auslaugend und, ähm, ja, muss mal gucken, also ich merke so, ich muss da ein bisschen umschiften und das heißt vielleicht mal, vielleicht heißt es auch mal anderer Content, also ich habe mir auch immer vorgenommen, dass, ja, das ist, ich mache den Content hier, der mir Spaß macht und es wird sicherlich auch weiter Spaß machen, Mails vorzulesen und zu beantworten, aber, ja, mir macht es eben auch Spaß, ich weiß nicht, vielleicht mache ich mal ein Reaction-Video, also das letzte kam irgendwie, äh, wurde sehr gemischt aufgenommen, aber da habe ich mir auch überlegt, ja, das ist eben so, es ist das, was ich sagen wollte und vielleicht spricht das dann wieder andere Menschen an, äh, und andere wieder nicht und dann, dann ist es halt so, also ich, damit mir das so dauerhaft, äh, viel Freude bringt, merke ich einfach, ich muss den Content machen, den ich so fühle und darf da jetzt nicht mal drauf gucken, ob ich dann immer 99 Daumen hoch, 99 Prozent Daumen hoch habe oder nicht, das, das kann es irgendwie, also das funktioniert, glaube ich nicht, also, genau, kann sein, dass ich da mal Content-Verschiebungen ergeben, aber da habe ich jetzt gar nicht so richtig was geplant, außer, dass natürlich wir in Zukunft auch mehr über Mental-Health-Themen sicherlich reden werden, vielleicht kommen da auch mal mehr Fragen, jetzt auch mit den neuen Kursen, ähm, wie können wir uns emotional besser steuern, ähm, so, was macht uns glücklich, was macht uns unglücklich, ähm, wie können wir unsere Stimmung ein bisschen besser hochhalten, äh, in diesen verrückten Zeiten, also das wird sicherlich thematisch ein bisschen mehr werden, aber ich trotzdem werde mich natürlich weitergucken, was kommen für Fragen rein, ne, also, weil ich beantworte gerne Fragen und dann, ja, soll das natürlich die Fragen sein, die kommen und wenn das, was, du bist mir völlig recht, wenn das weiterhin Schwerpunkt ist auf schwierige Beziehungserfahrung, ich meine, das ist das, was ich einfach am besten kann, äh, das wird natürlich weitergehen und die Liebe-Chip-Kurse und alles, ähm, ja, überhaupt, das ist mein Kurssystem, sehe ich so als absolutes Epizentrum meiner Arbeit quasi, ähm, ja, kann sein, dass da auch noch mehr Mental-Health-Kursen gekommen wären, äh, wie das Liebe-Chip-System sich sofort entwickelt, wird man sehen, das gerade steht erstmal das andere im Vordergrund und ansonsten natürlich mein viertes Buch, das kann ich jetzt auch schon mal verraten, wird, äh, Feuer und Flamme heißen, ähm, und dann so ein Untertitel mit Polarität, also wird um Polarität gehen, das kommt, äh, zum Herbst raus, das wird natürlich nochmal eine Menge Arbeit bedeuten und ansonsten, wie ich eben auch gesagt hatte, diesen Impuls, habe ich mir auch vorgenommen, versuche mir das ja auch immer vorzunehmen, was ich hier sage, ähm, auch mehr noch meinen eigenen Weg zu gehen und das wird unter Umständen heißen, weil es hat mir zuletzt auch nicht mehr, ja, keine Ahnung, also ich merke so, ich habe gar nicht, also ich habe, eine Zeit lang habe ich so gedacht, ich habe so mega Bock auf Kooperationen und Kollaborationen und jetzt merke ich so, boah, nee, also gerade habe ich das irgendwie gar nicht mehr so, ich will einfach mein Ding mal ran und, weil sonst muss ich auch immer anpassen dann an die anderen und, also, ach, ich weiß auch nicht, irgendwie hat nicht das, habe ich da meine Meinung ein bisschen zugeändert, also ich werde, und ich sehe auch, dass, ja, egal, auf jeden Fall, ich glaube, ich werde einfach noch mehr mein Ding hier machen und, äh, was mich auch irgendwie, ich meine, wir sind ja hier, ich bin ja letztlich One Man, beziehungsweise, äh, One Man, One Woman Show hier, wir machen ja fast, fast alles alleine hier und, ähm, also, was mich zuletzt auch echt ermüdend fand, ist diese Content-Moderationen, äh, vor allem auf YouTube und kann sein, dass ich, habe mir das eine für Januar vorgenommen, mal, äh, silent YouTube zu machen, das heißt, ähm, vielleicht mal einen Monat lang, äh, kann sein, dass es mal Videos gibt, wo es keine Kommentare, wo die Kommentarfunktion nicht freigeschaltet ist, das ist jetzt nichts gegen die Leute, die, die konstruktive, nette Sachen schreiben, ähm, vielleicht denken die, ah, wieso kann ich jetzt nicht schreiben, also ich werde das bestimmt dann auch wieder öffnen dann, aber ich habe so das Gefühl, ich brauche mal eine Pause, das ist einfach so fucking ermüdend, ähm, weil da einfach so viel, ich meine, ihr seht das ja nicht, weil wir das dann moderieren, äh, so viel Kram steht und, äh, es ist, das, ihr merkst, das ermüdelt mich so unheimlich, ähm, dass, äh, ich da echt mal eine kleine Pause brauche, glaube ich wirklich, das sind auch teilweise, was weiß ich, zum Beispiel, das so ein Red Pill Video, was super erfolgreich ist oder, also, nehm nicht die rote Pille oder relativ erfolgreich und jeden Tag wird da, äh, also jetzt, wenn man eine andere, jemand eine andere Meinung dazu hat, bin ich total fein mit, und das lasse ich auch alles stehen, aber jeden Tag wird da drunter gerantet und, oh, ich kann das einfach, ich kann das irgendwie, ich brauche da eigentlich mal einen Monat Pause, glaube ich, und vielleicht wird das noch öfter vorkommen, ich kann das einfach nicht mehr sehen, was auch immer das Gleiche ist und, ja, ich, es ist einfach ermüdend manchmal so die Projektionsfläche zu sein für alles Mögliche und, äh, wie gesagt, das würde ich mir so wünschen, dass wir einfach unterschiedliche Meinungen haben können und das kann so stehen bleiben und, ähm, ja, wie gesagt, gerade mit, bei Red Pill ist mir das sehr aufgefallen, vor allem, weil ich da ja durchaus sehr positiv bin in ganz vielen Anteilen, auch wenn das Buch rauskommt, wenn auch sicherlich viele, das weiß ich jetzt schon, wenn viele sagen, ja, das ist ja viel Red Pill Anteile drin, aber ich mag halt diesen Vibe nicht, ne, dieses latent Frauenfeindliche oder nicht nur latent, mag ich überhaupt nicht und trotzdem wird von denen dann das Buch wieder zerrissen werden, weil es, weiß ich jetzt schon, weil es nicht hart genug ist und nicht, äh, und ich kann das, ich habe das Gefühl, ich brauche manchmal einfach Pause, ich kann das auch einfach nicht mehr lesen, ne, ich muss es ja lesen, irgendjemand muss ja die, den Content moderieren hier und, äh, ich kann das wirklich, es erschöpft mich, es erschöpft mich einfach und, naja, da muss ich ein bisschen drauf gehen, also, ich merke schon, dass das jetzt eine neue Phase kommt nach, ähm, sieben Jahren YouTube und fünf Jahre Liebeschiff, merke ich schon, dass das Schiff mal so ein bisschen einen neuen Kurs braucht, weil das ist echt, ähm, ähm, also der Job ist nicht so easy, wie das vielleicht manche denken, machst ja nur Videos oder was weiß ich und nur Content produzieren, also man wartet schon knietief durch Schlamm auf, muss ich wirklich sagen, aber gut, das war es von mir, äh, ansonsten, ich denke, wir hören uns nochmal vor Silvester, aber vielleicht auch nicht, kommt gut rüber, äh, kommt gut durch die Weihnachtszeit, ähm, lasst euch nicht anträgern, sorgt gut für euch, wenn euch Familie auf die Nerven geht, müsst ihr jetzt keinen Streit produzieren, ne, sagt einfach, hey, ich brauch mal ein Stündchen oder ich muss jetzt mal einen Tag für mich machen oder macht mal alleine was einen Tag, das ist völlig in Ordnung, Weihnachten was alleine zu machen, das bringt einen nicht um, äh, es kann sogar eine ganz tolle Erfahrung sein, geht mal mal alleine in eine Christmette oder, äh, zu irgendeinem singen oder, ja, macht so Sachen aus der Selbstliebe, Challenge, ähm, weiß ich nicht, sich selber ein ganz tolles Essen machen, kann befriedigender sein, als so mit manch anderem Zeitgenossene, just saying, in diesem Sinne, freue mich sehr, dass ihr dabei seid, danke für eure Unterstützung, dieses Jahr wirklich, die kommt wirklich von Herzen, ohne euch wäre das ja alles nichts und, ähm, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.